Der Mann im Ring, erneut aus Frankreich, Henri Chalet und willkommen zum Kämpfer in der Roten Ecke. Er ist 18 Jahre jung, 77 Kilogramm schwer, 1,85 Meter groß. Seine Kampfbilanz ungeschlagen. Sechs Kämpfe, sechs Siege, zwei davon durch Knockout. Er tritt an für das Gym Mach 1 in seiner Ecke Erfolgstrainer Dominik Junge. Herzlich willkommen aus Karlsruhe, Luca Beerwanger! Sein Gegner in der blauen Ecke ist 21 Jahre jung, 78 Kilogramm schwer, 1,85 Meter groß. Seine Kampfbilanz, sieben Kämpfe, sechs Siege, zwei davon durch Knockout. Er ist Vize-Internationaler Deutscher Meister, tritt an für das Gladiators Gym Ingolstadt in seiner Ecke. Unter anderem der 22-fache Weltmeister, Dardan Morina, sowie Genthi Morina und Chris Gerber. Herzlich willkommen aus Ingolstadt, Mo Montana! Der Kampf ist angesetzt auf drei Runden, die Kämpfer zur Mitte. So, nochmal zu Ramin Abdin, der jetzt neben mir sitzt. 2002 wurde er Weltmeister gegen den Briten Austin Cavalry durch K.O. in der zwölften Runde. Und den Tito verteidigte er bis 2009 insgesamt elf Mal. Also war so schlecht auch nicht, gell? Das kann man so sagen. Und dann bekannt wurde er es dann anschließend durch seine Trainertätigkeit bei The Biggest Loser. Jetzt sitzt er hier mal wieder, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Und aktuell läuft es ja auch immer sonntags auf Sat.1, ne? Ja, das muss ja auch noch sein. Ja, so. Gucken wir mal nach dem Kampf hier. Ja, zwei junge Borschen. Der eine Luca Bärwanger, 18 Jahre alt. Der andere 21, Mo Montana. Ist ein Boxkampf, also kein Kickboxkampf. Auf jeden Fall tasten Sie sich nicht besonders lange ab, sondern gehen gleich zur Sache. Oh, schön. Gut abgeräumt. Der Linke da zum Kopf, ja. Naja, bei dreimal zwei Minuten abtasten ist natürlich auch gefährlich, ne? Gute Deckung beim Momentaner. Also der Bärwanger hat die Hose mit den goldenen Seiten, das Schlitzen da. Nochmal, wie hat er die jetzt? Erst zuschauen. Beide Sportler haben ja auch sehr renommierte Trainer, die mit sehr viel Erfahrung aufhaben können. In der Tat. Dominik Junge. Und ihren Sportlern da was mitgeben können, ne? Unter anderem auch für Vincent Falkenputz zuständig. Ja. Der hat ja da auch ganz neue Qualitäten wieder entdeckt für sich, ne? Der Luca muss ein bisschen aufpassen, dass er die rechte Hand nicht immer fallen lässt, ne? Man wird schon ein paar Mal jetzt ganz gut getroffen, um den Seitwärtshaken. Aber bis jetzt recht ausgeglichen in die Runde. Ja, wieder. Und das ist natürlich nachher die Aktion, wenn du so ein Ding nach Punkt gewinnst, ne? Die klaren Treffer, die da durchkommen. Ja. Recht ausüglich in der Runde. Wobei ich sagen würde, jetzt die wirklichen Wirkungstreffer waren jetzt in der blauen Ecke. Momentaner aus dem Gladiators-Chimp in Ingolstadt mausert sich mittlerweile auch zu einer wirklich wichtigen Institution in Ingolstadt. Und die Gladiators, um da dann Marina veranstalten am 17. Juni wieder ihren großen Kampfabend. Letztes Jahr gab es ja ein Achtmann-Turnier. Überragendes Kickboxen. Und mal schauen, ob das dieses Jahr wiederholt werden kann. In der Ecke. Genthi. Marina und Chris Gerber. Ein paar Psychospielchen gab es jetzt auch gerade. Aber ich denke mal, der Moor wird versuchen jetzt wieder über die Haken auf der Außenbahn zu kommen. Gut abzuteilen. Er sollte sich nicht auf irgendwelche Schlagabtausche einlassen. Vielleicht den Schlagabtausche oder Schlag. Mehr Zeit. Gut getroffen mit rechts. Er kommt dann immer wieder durch mit der rechten. Halt! Man darf natürlich nicht vergessen, dass der Luca Bärwanger erst 18 Jahre alt ist. Nach den Aktionen ist er immer sehr offen. Und er müsste mehr über die Führungshand arbeiten, oder? Da kommt natürlich relativ wenig bei ihm. Und dann lässt er die Linke auch immer gern ein bisschen fallen, nachdem er sie geschlagen hat. Und er ist ja schon einiges größer. Aber er muss sich gut besser verteidigen auf jeden Fall. Er schlägt mit und dann geht die Hände runter. Vor allen Dingen, er lässt die Linke hängen. Und das ist natürlich dann eine Einladung für die Rechte von Montana. Er ist in Iran geboren. Da gehe ich immer davon aus, dass es momentan ein Künstlername ist. Das ist ein bisschen die Luft raus beim jungen Luca. Ja, nochmal gute Körpertreffer, ja. Das steckt doch sehr. Ja, aber jetzt hat er mal die Linke gefressen. Da hat Montana. Also wenn man die erste Runde knapp für die blaue Ecke geben konnte, war die zweite sehr deutlich. Netter Kerl. Ich habe mich vorher noch mit dem unterhalten hier mit dem Luca Bärwanger. Ja, in dem Alter geht es ja vor allem auch darum, dass man Erfahrungen sammelt. Ja klar, dass man mit dem Luft schnuppert und so weiter. Und wenn er hier die Videos anschaut, dann sieht er, wo es bei ihm hapert. Der Junge wird es eh gut analysieren. So wie ich den Dominik gerne, werden sie da sehr gut analysieren. Und das ist halt, sag mal, die Hauptbank oder so hat es wirklich die hängenden Voßen am Schlag. Und der Rest ist eigentlich ganz gut. Er ist auch voll da. So, dritte und letzte Runde. Jetzt werden sie beide noch mal ein bisschen aufs Gas drücken. Er hat auch eine gute Körperbewegung, der Montana, ne? Er petzelt da ein bisschen rum, schwer. Dann lässt er ihn kommen. Und schön im Kontor, wunsch, war dann die Linke dann verpasst. Er hat dann mehr Erfahrung. Also er antizipiert mehr. Drei Jahre machen halt viel aus. Ja, klar. Da war die Rechte wieder am Kopf. Und er hat dann auch ein bisschen aufs Garten. Jetzt muss er aufpassen, der Bärwanger, dass er nicht da in so einen richtig hart mal reinläuft. Aber er muss natürlich auch was machen, weil punktemäßig liegt er hinten. Und jetzt muss er durch den Kampf zum Gegner bringen und fighten. Und versuchen dann gut zu treffen. Das ist mir auch schon ein paar Mal ganz gut gelungen. Ja, aber wenn er das alles mit der Führungshand vorbereiten würde, ne? Mit dem Schritt. Da wäre er ein bisschen anders aus. Er springt nach vorne mit der linken und dann ist er eigentlich offen. Also von seinem körperlichen Rahmen, wie man es so schön sagt, hat er es eigentlich nicht nötig, da mit zu keilen. Aber eine gute Führung ist halt auch Timing-Sache. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Hey, doch mal, die Grechte! Einige vertragen wird er einiges im Bärwanger. Das muss man ihm lassen. Mit 18 Jahren noch auszugehen. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! 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 Er kämpft bis zum Schluss. Die linke ist es, die hängt. Und die rechte ist es von Montana. Aber das war trotzdem seine beste Runde. Wenn ich die ersten beiden Runden gewonnen habe, was mache ich in der dritten? Wenn der andere kommt, haue ich mit oder nicht? Wie gesagt, ein sympathischer Kerl, der Bergwanger. Und ich denke, unter der Leitung von Dominik Junge ist noch einiges rauszukitzen bei ihm. Seine Zeit wird bestimmt kommen. In Deutschland ist es immer schlimm, wenn man mal eine Niederlage in seinem Kampfrekord hat. Das kann ich sagen. Das ist aber auch ein gezüchtetes Phänomen. Genau. Früher aus den 90ern und in den 2000ern, dass da immer eine Null stehen musste. Dementsprechend war auch das Matchmaking. Oft. Ja, aber trotzdem, das war ein gutes Matchmaking. Absolut. Schöner Kampf. Die Erfahrung, die zum Beispiel der Luca Bärwanger jetzt sammeln konnte, die kann eben auch keiner mehr nehmen. Also da kann er profitieren davon und aufbauen und weitermachen. und weitermachen. Es ist friday, in den ... Wurde! Es ist friday, in den ... Dieses wunderbare Boxkampf und ich glaube, mit 18 und 21 Jahren brauchen Sie da nicht bange zu werden, ob der Zukunft des deutschen Boxens. Nochmal erstmal einen großen Applaus für beide Boxer. Und das Ergebnis der Punktrichter mit 2 zu 1 Punktrichterstimme. Sieger dieses Kampfes aus der blauen Ecke, Mo Montana. 2 zu 1 Punktrichter. Ich weiß es nicht, was der Hesse-Bärwanger vorne hatte, aber muss man sich mal erkundigen. Warum? Aber ist ja eine subjektive Einschätzung. Ja klar. Aber Kai Pelsmann hat recht gehabt.